Bergtag bei den Offenbarer Kickers. 180 Kinder der Jahrgänge 2001 bis 2005 machten diesmal mit bei der Traditionsveranstaltung. Der Nachwuchs ging den Tag mit einer klaren Erwartungshaltung an. Ein bisschen was dazulernen und halt auch Spaß haben und halt auch guten Football spielen. Der Bergtag begann mit einem kurzen Besuch der Profimannschaft der Kickers. Danach konnten die Kinder den UFC-Jugendtrainern an mehreren Stationen ihr Talent beweisen. Mittelpunkt soll heute der Spaß stehen. Sehr viele Technik- und Koordinationsübungen haben unsere Trainer vorbereitet. Wir wollen natürlich schon schauen, ob heute das eine oder andere Talent dabei ist für unsere Jugendmannschaften und vielleicht mit etwas Glück auch der kommende Star der Offenbarer Kickers. Seit dem vergangenen Jahr soll der Bergtag nicht mehr ausschließlich eine Sichtungsveranstaltung für talentierte Nachwuchsspieler sein. Wir haben den Bergtag in den letzten eineinhalb Jahren mit einem Pilotprojekt letztes Jahr zu einem Familientag ausbauen wollen, zu einem Tag der offenen Tür, bei dem natürlich der Sport im Mittelpunkt stehen soll und auch nach wie vor steht, aber auch die Eltern, Angehörige, Freunde Gelegenheit haben sollen, uns, die Jugendabteilung der Offenbarer Kickers kennenzulernen, das neue Trainingszentrum am Wiener Ring anzuschauen. Um die 180 Kinder den ganzen Tag qualifiziert betreuen zu können, hatten die Organisatoren ein großes Team aufgeboten. Neben den UFC-Jugendtrainern waren auch zahlreiche Spieler der A- und der B-Jugend im Einsatz. Die waren mit den Leistungen ihrer jungen Schützlinge durchaus zufrieden. Es sind schon einige gute dabei, das sieht man schon. Und ja, mal schauen, wie es dann noch weitergeht. Es sind noch andere Gruppen vorhanden und dann mal schauen. Fußball steht viel mit Teamsport, ja. Und halt dann an den Einzelnen, an der Ballannahme und mit Führung und der Übersicht halt, ja. Und das haben einige schon sehr gut. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht.